Das ist alles? Man kann es nicht von der ersten unterscheiden. Du weißt doch schon, dass das veröffentlicht wird, gell? Ja, du kriegst noch Stadion verboten. Das ist nur, um die Szene drum zu ertragen. Einwandfrei, super. Tolle Atmosphäre hier, super Spui. Zwei gute Mannschaften, relativ ausgeglichen. Wird noch spannend. Super, danke. Wie möchtest du das Spiel? Wie möchtest du das Spiel? Gut, ein großartiger Rink. Ein großartiges Eistadion. Guck mal, gut. 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 Ich muss viel zu viel reden, nachdem ich auf zwei Sprachen aus sagen muss. Aber sonst ist das Eishokey. Ja, ein super Spiel gefällt mir. Die ganzen Weißenberger Eishockey-Ikone immer wieder auf dem Eis zu singen. Macht schon Spaß. Super. Super. Und wer findet der Spui? Super. Jetzt lassen wir es dort. Du musst ein bisschen mehr gehen. Jetzt lassen wir es dort. Du musst ein bisschen mehr gehen. Super. Und Wolfi, was sagst du zum Spui? Ja, ein bisschen schneller müssen wir machen. Was sagt der Aushaltler-Geschäft zum Spui? Ja, das ist eine fährige Sache, oder? Ja. Ja. Das kann man schon anschauen. Hä? Das kann man schon anschauen. Schon, gell? Ja. Teili. Das war ja ohne Stress irgendwas anschauen. Ja. Ganz locker ist das. Heute haben wir sowieso einen Glückstag gehabt. Ja, eben. Genau. Nein. Ja. 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 Ich werde dich nicht mehr machen. Ja. 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 Das ist zehnmal. Ja. 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 Feilig! Vielen Dank. Vielen Dank. 27. Stieg, die Startzeit gegen die Erbesseres, die Nummer 85 der Karrison, erhält zwei Staffel und den EG Kitschek. 30. Stieg, die Spielbundin, 2.15. Auch zum Spielen mit der Nummer 19, Bulli Frey, war ein Torschütze in der Spiele. Neuer Spielstand, 4.15. Trifftige Dinge, die wir seitdem probiert. Rot, Rot, Eisberg, es ist nicht bei einer Nummer 19, Bulli Frey, was ist dort bei einer Nummer 19, Mann, Fritz-Wilder. Die Wettkirche, die rechte Aussprache. Das droht man nicht an den Mann. Was sagt man, die TSH-Resistentin zum Spiel? Klasse, Weltklasse. Oldschool-Weltklasse. Ja. Und da kommt einer von den Eishackern? Überragend, den einen oder anderen Spieler könnten wir schon brauchen. Ja, das haben wir schon. Und fährt er vorrein? Super cool. Der hat vorragend viel halt Zeit. Nein, du solch ein Erschleiner. Nichts mehr lernen. Da kann er da einige aktivieren. Schön, nett, richtig nett. Sieht man schon, dass einige dabei sind, die wo was können haben einmal. Die kennen jetzt auch noch was. Der 44er gefällt mir ganz gut von denen. Die Winnipeg. Die kommt jetzt in die Zeitung. Da mache ich jetzt noch Werbung. Internet. Manni, das ist cool. Das ist das Spiel. Gut. together! warmest du? Vielen Dank. Und, was sagt der Trainer? Alles in Ordnung. 5.3. Spielminute. Tor für die Messers. Auf Zuspiel mit der Nummer 6, Jay Burns. Und der Nummer 7, Jay Burns. Tor für die Messers. Neuer Spielstand. 4 zu 1. 5 Minuten. Der Spieler von Nupi. Gut job, Peter! Gut job! Votter Ich habe dich Dutch 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 Go Dutch Dutch Nachte Dutch Dutch Tricks Dutch 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 Wie fühlst du dich? Was? Wie fühlst du dich? Ja, wie ein Junge. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ja, du verraschst du dich. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Auf Zuspiel mit Thomas Sintzen. Groschür seid ihr mal! Schöpfer hat eine gute Schule, oder? Ja, da sind wir jetzt hier. 25. Dich schief und der Tor für Christ. Nein, ich finde jetzt nicht. Ja, G ist so eine tolle Unterstützung. Ja, G! Ja, G! Ja, G! Ja, G! Wie fühlst du? Gut, gut, sehr gut. Excellent. Das war Spaß. Das war ein tolles Spiel. Okay. Jetzt einmal eine gescheiten Jubel da rein, oder? Ja! 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 Schuss! 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 Ich habe ein Statement von den Spieler freien, haben wir. Wie früher! Wie früher! Ein bisschen langsamer war. Einmal frei. Hat es euch gefallen, oder? Ja! Die Frisur sitzt immer noch. Mit Stil. Keine Hau ruck, also! Und jetzt habt ihr es noch wieder daheim mit Gebrechen gebrochen. Die A.H. Peißenberg hat sich wackel geschlagen gegen die Gäste aus Kanada. Ohne Verletzte, ohne böse Fouls, aber ein Haufen Strafminuten. Man wird zu vielen Leuten aufs Eis gehen, aber das macht nichts. Wie fühlst du dich? Tired. Tired? Wie ist das Spiel? Gut. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.